Verbinden sich die staatstragenden Parteien der Mitte nicht, Bund und Länder und Gemeinden. Ich will gerade einen Appell an alle Demokraten machen und Sie haben wieder nichts besseres zu tun, als spalterische parteipaktische Parolen in dieses Haus zu rufen. Gegen die wahren Gegner unserer freiheitlichen Ordnung zusammenschließen und Sie kommen mit Ihrer Traumabearbeitung von Jamaika, weil Sie nicht Minister geworden sind.